alle egal ich will jetzt so weit wie wir kommen halt und dann go ja verteidigung ist jetzt ordentlich zurückgegangen weil er fokussiert die ganze zeit hier auf kompeten wochen erstmal sp jetzt langsamer wieder so hier für ein mitglied hier für alle mitglieder ist doch hier 100 sp für alle mal warum denn nicht für altk-schip halt sp für alle mitglieder dies jetzt kriegt er die nur das ist ja voll die farge ok jetzt garum und hau den weg fuck boah ey wenn man immer so übermütig spielt so ist das wow alle level ab bis auf kogamon argumon level 20 skabumon level 22 tentumon level 19 und palmon level 17 heftig da trainiert man ja auch noch mal gut haben wir es geschafft ne es geht noch heftiger hey das sind doch unsere alten freunde na wie gehts euch habt ihr trainiert oder wat brennende faust ja 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 mach mal boah du machst ja so ein damage ey oh oh rache ich glaub das sind die sogar das sind sogar unsere friends ich weiß es aber nicht was wärmewelle krass die sind echt stark hauptsache das arme elegan kriegt grad alles ab das kleine elegan so jetzt haben wir nur noch zwei so wer stört mich denn meravon meravon stört mich alles auf meravon boah scheiß rache kacke da ey brennt boah der darf noch mal vor vor uns angreifen heftig ganz schön schnelles digimon ja autotag ey ich bin das wärmewelle wärmewelle wieder auf alle also diesmal geht gar rum und wenn schon drauf oh geil zweimal zweimal angreifen 700 dann kommt noch er darf wieder vor grämewelle angreifen rache ja ich hoffe knapp ne war klar etwa mehr klar ja dann kann ich mit dem schon mal da angreifen schweifen und der macht so und der macht so war mir klar kaputarium macht kann nicht mal so einen kleinen auto hit machen also eine fähigkeit hat er da rauf geht ey ja der ist richtig schwach ja ich glaube jetzt müsste freakymon weg sein ja weg ist er und wir haben die kämpfe gewonnen what the fuck argumon level 21 gabumon 23 und tentamon level 20 ey tentamon gewinnt dir grad mega die oberhand da fertig ja die gpc halten was ranker mit mimi ok ich habe mir jetzt echt mehr erhofft gut wir haben ein paar level gekriegt jetzt kommt ausbildungsteuer ihr seht pixi mal wieder aus und eine gute ausbildung ja ich würde sagen joey ja ja joey lassen wir vorne weil joey kann auch ein bisschen training vertragen ich bin mal gespannt was auch nö 3 gasimons ok also ach allein alles klar das wird heftig und die scheiße ist ich habe nicht gespeichert ich habe nicht gespeichert jetzt wird es erst recht hart dafür könnte ich mir jetzt echt in den Arsch weissen scheiße man die können dreimal angreifen nochmal danach ey ich bin im Arsch nein ich hoffe ich fick die jetzt alle ja 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 boah alter verwalter ja ja level 17 heilung m welches fehl heilung m schein ich habe nicht gespeichert war es das nein ich muss speichern weil ich ein trottel bin weil ich ein trottel bin noch ein joey warum ist er noch ein joey ach joey schatten muss ich da was lernen oder was ne keine ahnung i don't know ah das war es schon wiederholt eine ereignis wiederholung ok sauber sauber das finde ich gut kurze sidequests alles gut präzise schnell speichern auf jeden Fall und auf geht's in die Folge die mich jetzt echt hoffentlich umhaut MetalGreymon ja joey kann drunter bleiben Episode starten oh ich freue mich so Isi versucht hier anzuzapfen den ganzen Mist um in die Pyramide dazu gelangen wie da ist und ja wir verfolgen das ganze mal ach können wir gar nicht hey was liegt denn da auf dem Boden können wir nicht aufnehmen ne äh auf jeden Fall ne oh da ist ein Wappen das sieht aus wie äh wie das Wappen von TK oh Tyrannomon gammelt jetzt auch hier mal rum hey TK dein Wappen ist da hinten Monarcha man und dann gibt's wieder Digipitz genau TK kriegt sein Wappen und Ethemon rastet gleich völlig aus und mit uns passiert also mit Tai passiert auch noch was schönes dann nach dem wir ja auf das Ultralevel digitiert sind falls ihr auf diesem Ultralevel digitiert und TKs Amulett reagiert ja wir gehen da hin scheiße falsche Antwort kacke ey dun 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 und natürlich ist es schneller und das darf natürlich auch als erstes angreifen ja 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 200 Gauagumon Gauagumon Bat ja Gauagumon ja und Gauagumon wird es wahrscheinlich nicht packen ihn noch zu vernichten denk ich nämlich nicht ja war mir ja auch irgendwie klar ne aber shit happens shit happens besser als kein Damage zu machen und Biomon Level 19 und wir sind auch gleich ein Level soll ich so lange gegen Tyrodomon kämpfen komm mal her jetzt schnucke ey sind wir wenigstens Level ab ist bestimmt dann gut für den Kampf gleich für den epic battlekampf whatever marschierende Fische BÄM BÄM ich weiß gar nicht mal welchen Park wir schon sind ey ich glaub das ist jetzt schon Folge 30 oder so oder 29 ich weiß es nicht HAPUNE 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 Feuerarten Nein kein MEGAFLAME yeah what the fuck hey so tschüss Hau rein so Level 22 wiii so und jetzt schnell das Wappen von TK holen hopp 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 da ist er doch das Wappen von TK hier TK das ist dein Wappen hier TK das ist dein Wappen Miiiuuu ja TK hat sein Wappen aber TK wer ihr ja alle wisst wird als aller aller letztes und fast eigentlich von Ende von Digimon aufs Ultra Level digitieren ach ja und jetzt sind hier noch ein paar Zeichen hier die ist hier entschlüsselt und ja und hier ein bisschen halt rum experimentiert hier was sich was sich jetzt hier also der der weiß dass die Erde und die Welt halt halt aufeinander sind aber so eine parallele Welt ist so halt aus Daten dass die Welt hier aus Daten besteht und die ist hier hat jetzt halt aus den Daten hier einen Weg nach draußen gewarnt ein Ausgang sozusagen aber falls die Digimon guckt dann guckt es lieber die erste Staffel weil ich finde das ist die geilste und da ist auch schon Ethemon der Pisa und geht in die Pyramide hinein so und die Kinder versuchen jetzt einen Schlachtplan zu machen wer in die Pyramide geht wie das alles vor sich gehen wird ja das halt alles glatt läuft und sie Ethemon gegenüberstehen coolen Rank abgekriegt und jetzt ist der Tag gekommen wo wir es halt tun werden und in die in die Pyramide reingehen gut ach wir sind schon da alles klar ich hätte gedacht wir müssen jetzt mal ein bisschen laufen aber wir müssen jetzt wahrscheinlich in der Pyramide drinnen laufen denke ich mir mal oder ach ich darf noch gar nicht ach ich genau man darf gar nicht genau ey wenn man die Folgen geguckt hat ne ja ja man muss durch den durch die Seite rein aber ich glaube von der anderen Seite es war glaube ich von der anderen Seite ja nein doch nicht ok ich hätte gedacht jetzt von der anderen Seite aber so geht es dann auch ich würde uns jetzt wahrscheinlich nicht von den erwischen lassen ja geil ach doch dürfen wir schon aber wir müssen dann battlen ach was habe ich denn jetzt getan ich habe Schutz gemacht ey warum ja ich verstehe ich verstehe ey zu doof um das zu machen oder was ey egal 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 ja schau da ist irgendwas ey was war da was ist das was ist das Gift ok nein man hau mal ab ey du kackvieh scheiße du kackvieh du kackvieh du kackvieh du kackvieh Faith